Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5224. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Leider habe ich Yoga erst sehr spät in meinem Leben kennengelernt. Leider habe ich Yoga erst sehr spät in meinem Leben kennengelernt. Ich arbeite seit zwei Jahren als Grafikdesignerin in diesem Unternehmen. Ich arbeite seit zwei Jahren als Grafikdesignerin in diesem Unternehmen. Ich arbeite seit zwei Jahren als Grafikdesignerin in diesem Unternehmen. Hula-Hoop ist wieder in Mode. Man sieht immer mehr Menschen damit. Hula-Hope ist wieder in Mode. Man sieht immer mehr Menschen damit. Das schmeckt gut, und diesmal gebe ich dir nichts davon ab. Ich esse alles selbst. Wann immer wir Treppen sehen, ergreifen wir die Chance, sie hochzulaufen. Wann immer wir Treppen sehen, ergreifen wir die Chance, sie hochzulaufen. Die Flüssigkeit hat nach dem Erwärmen eine hellere Farbe. Die Flüssigkeit hat nach dem Erwärmen eine hellere Farbe. Die Flüssigkeit hat nach dem Erwärmen eine hellere Farbe. Als Autorin oder Autor ist es wichtig, dass du ein Konzept für deinen Roman hast. Ich bin der Meister der Maniküre. Ich helfe dir, die richtige Farbe für deinen Nagellack zu finden. Hier kann ich künstlerisch tätig sein. Ich verwende alle Farben auf einmal. Hier kann ich künstlerisch tätig sein. Ich verwende alle Farben auf einmal. Hier kann ich künstlerisch tätig sein. Ich verwende alle Farben auf einmal. Ich wähle das Gemüse für unsere Mahlzeit aus. Es ist alles aus dem Bioladen. Ich wähle das Gemüse für unsere Mahlzeit aus. Es ist alles aus dem Bioladen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. H faculty an. Einıldıader. H auf